Samstags Locals wieder mit Joe. Immer nur mit mir. Was ist da los? Was ist da los? Seit wann hast du Samstag immer Zeit? Nur heute. Die nächsten zwei Male musst du wieder arbeiten. Heute. Genau nächstes Mal ist aber Ding. Oder übernächstes Mal ist Ding. LLS hier. Kann ich nicht. Kann ich leider. Was spielst du da? Was spielst du da für ein Deck? Wir spielen die NDD heute. Die NDD heute Götze. Ich habe einen davon. Einmal hier. Einmal Déjà-vu. Ich hatte hier 4 Euro. Das geht ja auch so viel. Ich tschuldige gerade mit den zwei Mega-Tradern. Einfach Geheimnisse aufschnappen. Holt euch alle Young Single an. Hier sind richtig krass wie von einem Konter-Trap. Die angeligt alles. Hast du nichts angehört davon? Nein Mann, war nichts. Holt euch sowas Mann. Nach zwei Jahren kauft ihr alles teuer. Der sagt doch nicht mal. Verrückter. Ich bin vor Young Single. Alles schön. Ami kommt einfach zu mir wenn du es brauchst. Ich habe alles. Das heißt auch sowas Mann holt nicht los. Das ist die Warte. Du darfst essen. Wenn ihr was wollt, fressen wir keinen Verran. Bred macht die Kombi. Götze euch was ihr wollt. Alle zu 200% Marketplace. Götze euch. 200% ist doch billig. Mach mal ein bisschen mehr. Heute der. Blackwing. Du musst das Turnier verpassen. Schlafen. Tori Trigger. Er wollte Turnier mitspielen. Aber egal, die Träume auch nicht schauen zuerst. Ja. Er hat Toros Randa gemacht mit seinen Blackwings. Ich schwör ja. Er ist Claude Blackwing. Ich weiß nicht. Ja. Lord Blackwing. Ohne Witz. Der Name war nicht schön. Ich weiß das nicht. Oh mein Gott. Wieso? Euter. Digga, Lord man. Digga, so ist der Lord. Lord für euch, Mann. Ja, wie war König. Eber im Platz oder was? Kommt nicht hier, wenn ihr lachen wollt, Digga. Ach, der war Spaß. Er kommt immer noch um. Mit so Cape. Mit Zepter. Aber es ist schwarzes Cape. Euter. Ja, schon ganz. Jetzt warten wir rein zu. Ding, Alter. what. Oh, Shit. Oh, Shit. Das war's nur verseck. Kommt noch ganz hoch. Oh, ey. Wer ist jetzt hier? Was? Ouh, der Merz-Comeback. Das sind die Leute, die ich nicht vertraue, ich lasse alles bei dir. Das sind die Leute, die ich nicht vertraue, ich lasse alles bei dir. Toll, Jungs! Hong weiß noch nichts davon, ich habe einfach seine Kamera geklautzt. Bis das neue Tippi-Tippi. Alter, Hong, was geht ab? Nichts, man, das soll abgehen. Gar nichts, das soll abgehen, Mann. Ja, das ist alles, was es gibt. Jetzt zeig mal hier ein bisschen in die Spieler und so. Oh! Jungs! Ihr gerettet, Mann, er hat einen Kopf abgeschüttet. Schreie auch. Das ist ja mein iPhone, was runtergeflossen ist. Rudi, grüß mal. Guck, guck! Wie sind die Trailer? 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 Das Spiel hat nicht mit, weil er keine Gegner für mich sind. Mächtiger Trailer. Mächtiger Spieler. Das war's, Jungs. Man sieht sich. Gib einen Daumen hoch. Like das Video. Auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. F*** mit your girlfriend. Bester Channel. Chong, Chong. Hast du richtig gekauft? Hast du richtig gekauft? Slifer, gar und Ding hat er. Wo ist das? Da kann man anrufen. Ja, ich weiß schon. Steht schon geil aus, Mann. Ist doch schwer. Demnächst bei Chong's Turnieren zu gewinnen. Shots vorbei. Davor, 18.09. In Fürstenfeldburg. Nächste Woche sogar schon. Hast du das? Ich muss Hunde noch auswählen. Du musst Hunde rauswählen. Oh, der muss mit meinem Hund rausgehen. Nein. Ich war noch nie auf der Turniere. Ich war noch nie auf der Turniere. Oh mein Gott. Dann wird's höchste Zeit. Er ist bestimmt mal traurig. Er ist auch voll traurig, wenn ihr nicht kommt. Schau. Einer. Der Arme, ja. Nächste Woche. Er teilt immer das Event auf Facebook. Ich seh so, keiner liked das. Dann geb ich ihm immer einen Mitleidslike. Das wenigstens zu eins, weiss. Aber Hauptsache die Leute sehns. Sehns echt. Jugisachen liken die Leute nicht so. Es ist halt ein bisschen peinlich. Ja, ich weiß schon. Aber ich muss das auch verbringen. Für Chong. Für Chong eigentlich schon, Mann. Für Chong. Ich finde das was erst halt nicht weiss. Ja. Pachlos. Du kannst schon was machen, denke ich. Aber jetzt nicht Überklasse, oder? Hä? Überklasse! Oh mein Gott, hörst du? Alles Deck? Ja. Ja, dein Deckdisk. Nein, Überklasse, kein Deck ist... Okay, es gibt schon Decks in Überklasse, aber... Du wirst... Es ist schon geworden, aber es ist nicht ungefähr oder so. Besser als Blackwing? Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe Produkte geöffnet. Produkte geöffnet, Mann. Hast du leider verpasst, aber wir können dich noch hinzufügen. Okay, Mann, aber ich habe gedacht, du bist nicht mehr Jukitube Spieler. Was sagst du, Mann? Was sagst du, Mann? Was sagst du, Mann? Was sagst du, Mann? Was, Mann? Du bist nicht Spieler. Nein. Traurig, Mann. Wochum? Wochum, Mann. Wochum? Dezember, oder was? Ich hoffe, Mann. Du doch auch! Ich spiele... Oder bist du Kassler-Spieler geworden jetzt? Nee, Mann. Ich bin nur John's Sonntag, Mann. Nein. John's Turnier, Mann. John's Turnier, nächsten Sonntag. Die. Schönen Tag. Die. Ich bin auch nicht mehr als der. Ich bin auch nicht, die wir müssen wissen, sondern... Der ist gut, aber der... 192, ist die Supermelde, die weißt du ja. Was? Ich bin auch nicht mehr als der. Der ist gut, aber der... 192, ist die Supermelde, du weißt ja... 202, für den manchen... Das ist der Deck komplett. Endlich. Wir haben hier das größte Showmatch. Das Showdown. Der Showdown. Nico, der Blue-Eyes-Experte. Gegen Chong und sein neues Deck. Das kostet nicht. Ich kenn die Karten nicht. Ich bin auf dem Kanal. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Ich hab keinen Aus. 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 Ja, Risiko, oder? Risiko. Bam, bam, bam. Moment der Wahrheit. Moment der Wahrheit. Oh, sie ist noch im Deck. Oh, sie ist noch im Deck. Oh, ich hab das. Oh, ich hab das. Oh, jetzt könnt ihr die suchen. Jetzt könnt ihr die suchen. Ja, aber erstmal gut. Vielleicht zieht er sie an. Ich hab's mitgelegt. Nein. Oh, ich hab's. Ich hab's mitgelegt. Bitte, ich hab's mitgelegt. Ich hab's mitgelegt. then, Mamma. Und ich hab's mitgelegt. Dann schießt er den da und den? Jetzt kommt ihr das gleiche raus. Der liegt in der Skate. Der liegt in der Skate. Und CK, wenn du nichts machst. Chain doch, chain doch. Solange die 18 das in der Liebschaft macht, nehme ich es los. Was reicht los? Der D noch. Der Diener und Sticks. Auf den Tal. Das ist gut. Das muss doch der Effekt nicht unterschiedlich sein. Der Diener und Sticks. Das ist gut. Der Diener und Sticks. Der Diener und Sticks. Der Diener und Sticks. Das ist nicht zufrieden. Was? Kannst du was mit Matten anfangen? Kannst du was mit Matten anfangen? Ich habe es selber genug. Ich wollte ja auch welche andere. Auch günstig. Wollt ihr was? Torado. Torado? Ja, ich habe eine andere Idee. Echt? Ja, das ist... Traurig. Was ist denn Torado? Welcher? Du hast keine Ahnung. Ja, aus der Timbox geht es hier. Für die Sektion. Gut 1 Euro dann. Digga, 1 Euro und 2, oder? Echt, du? Du glaubst du was liebst. Du hast den Scheiß gesehen? 11 oder 2. Ich habe auch 1 vielleicht. Gegen 4 oder 5. Kommt ihr zu Cheongs Turnier? Ich glaube ich. Wer ist Cheong? Wer ist Cheong? Ja, okay. Doch, man. Kommt ihr zu Cheongs Turnier? Wer ist Cheong? 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 19.08. Also nächsten Sonntag. Ach, das CCG Turnier? 18.09. 18. und 9. Die Fels sind komplett verwirrt. Hast du Kostenlust? Musst du mit John klären. Tando! Wer ist Tando? Wer ist Tando? Ich komme auch. Zwei Pokestops in der FFP. Da bin ich natürlich am Start. Ich unterstütze Nico. Ich krasse mal. Nieder mit 2 Spielen. Gar nicht begeistert. Was wirst du machen? Es gibt nur noch zwei T1 gerade. Na ja. Dingsmann. Mach Domain, Mann. Läuft immer noch aus T2. Aber Dingsmann, du hast rund drüber. Du hast gerade gar keine Idee. Cosmo. Was machen die Cosmo Boys? Urlaub. Urlaub in Tunesien. Urlaub in Tunesien, Mann. Nico hat sich gerade falsches Selbstvertrauen aufgebaut für Changs Nier. Es wird nur Mirror Matches geben, glaube ich, Mann. Das ist echt scheiße. Ich kenne keinen Bock, Mann. Mirror Match, Blue Ice, Mann. Das ist echt vertraulich, Mann. Wer fängt an? Die Diskussion über Changs Nier, Mann. Interesse wurde geweckt. Sehr gut. Jetzt kommt es alle vorbei. All my new new friends, Mann. Schön, dass du uns wenigstens auch genannt hast, Mann. Ich hätte ihn eigentlich auch eigentlich nur Hong und Nico nennen können. Eigentlich machen wir zwei. Tati, wenn er nicht in Tunesien ist, ist auch schon dabei. Ja, Tati auch, aber ja. Außerdem habe ich ihn schon früher auf den Pokémon-Channel rekrutiert. Sagen wir mit Barisch Protokoll, Mann. Barisch ist auf Pokémon-Reise, Mann. Yugi war echt tot, Mann. Ich glaube, das war die sechste Woche, wo wir kein Video gedreht haben. Ja, Mann. Aber egal. Sommerpause. Bis Dezember. Egal, Mann. Du hast den Namen von dem Channel. Bis dahin folgt ihr uns auf unserem Pokémon-Channel. Dann seht ihr auch Tati und Barisch wieder. Ich bin nicht dabei, Mann. Ich bin nicht dabei. Wollen wir nicht kurz reinschauen? Ich habe gehört, großer Umbau, aber es war doch nur gehypt. Und wie macht ihr das? Das sieht eigentlich wie vorher aus, oder? Ich sehe schon einen Unterschied, aber... Das ist dein geschultes Sorge, Mann. Nico ist nicht beeindruckt. Nein, überhaupt. Sommerflaute, Mann. Ich merke schon. Vielleicht... Tops. Bei John's Turnieren munter dich wieder auf. Ja, schauen wir mal. Alle spielen nur noch nur noch Mirror-Matches. Wir müssen ein gutes Side-Bot überlegen. Geht schon. Ja. Tut man noch ein bisschen. Nächste Woche bist du Spieler, oder? Sonntag. Weiß noch nicht. Wir brauchen Videos, Mann, dringend. Schreibt bitte, der Song mitspielen soll. Motiviert ihn. Er ist ganz zur Zeit echt unmotiviert. Was? Er war letztes Mal Tops. Gib ihm gute Chancen bei John's Turnieren. Ihr seid alle unmotiviert, Mann. Servus Jungs. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business. Player Candidation Verdipp